Kommen wir zurück zu den Heuchlern, für die Sie, werte Kollegen der Union, von vielen Bürgern gehalten werden und die Sie leider, ich sage extra, leider mit wenigen Ausnahmen zum Beispiel Ihrem ersten Redner sind. Jetzt, wo vielen Menschen da draußen klar wird, dass die sogenannte Energiewende gescheitert ist, dass es nie um die Rettung des Klimas ging, sondern um knallharte wirtschaftliche Interessen von Globalisten auf der anderen Seite des Atlantiks, wo wieder Braunkohle aus der Lause ist und anderswo in Massen für die Stromerzeugung genutzt wird. Jetzt, wo unumkehrbare Tatsachen bei der Zerstörung der Braunkohleindustrie Ihren Vorgaben folgend geschaffen wurden, jetzt erst bekommen Sie kalte Füße angesichts des Desasters, welches Ihre Politik angerichtet hat und immer stärker anrichtet.